So, grüßt euch, mein Name ist Ralf Windern, ich bin Bankkaufmann bei der Sparkasse Nürnberg und heute erkläre ich euch das Vorfreude-Konto live hier vom Topspin auf dem Nürnberger Volksfest. Das Vorfreude-Konto ist ein Online-Sparbuch, das es euch ermöglicht, ganz individuell auf eure Sparziele hinzusparen. Was für ein Bordspiel! Und was könnt ihr euch damit ermöglichen? Ganz einfach, die nächste Reise in die Karibik, der nächste Trikotsatz für die Mannschaft, all das wird möglich mit dem Vorfreude-Konto. Und wenn ihr sagt, mehrere Ziele, die ihr gleichzeitig besparen wollt, ist das auch kein Problem, denn mit dem Vorfreude-Konto habt ihr die Möglichkeit, mehrere Konten ganz individuell für jedes Sparziel zu erstellen. Ja, als kleines Highlight könnt ihr natürlich jedes einzelne Konto noch mit einem eigenen Namen und einem eigenen, ja, Bild, Traumbild, dem Bild versehen und dann wisst ihr, für was ihr auch spart. Wie könnt ihr das Ganze sparen? Ganz einfach, ihr nehmt einfach einen ganz normalen Dauerauftrag oder ihr spart mit dem PS-Sparbutton in unserem Online-Banking. Wie kommt ihr an das Vorfreude-Konto heran? Ganz einfach, entweder ihr macht einen Termin auf eurer Geschäftsstelle aus oder ihr holt euch unter www.sparkasse-nürnberg.de slash Vorfreude die notwendigen Zugangsdaten für das Vorfreude-Konto. Und damit bin ich auch schon fertig!